Und wir sind wieder zurück beim Massaker in Hongkong. Wir nehmen das Maschinengewehr und versuchen immer noch ohne Slowmotion jetzt hier durchzukommen. Ich habe aber gemerkt, dass die Musik etwas laut ist. Die Musik ist irgendwie laut. So. Alles klar, schon besser. Ich habe auf der Aufnahme gemerkt, dass das... Alter. Wie gesagt, wir versuchen immer noch ohne Slowmotion klar zu kommen. Ja. Ich habe nur noch zwei Schuss. Ich wechsle gleich mal. Ich wechsle gleich die Pistole auf die Pistole hier. Wo ist denn der Weiße? Das war eng. Scheiße, ich habe gar nichts mehr. Na. Nächste Knarre. Wir versuchen es weiter. Wir versuchen es weiter. Wir versuchen es weiter. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der ist tot. Auch. Das Schrotgewehr ist schon nicht schlecht. Braucht aber Ewigkeiten, um nachzuladen. Wechsle gleich mal. Da ist der. Ich will es auch hin. Meine Güte, ey. Also ohne Slowmo ist das hier ziemlich schwer. Ist wirklich so. Ist wirklich... Ich finde es wirklich schwer. Oh nein, 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 nein. Du Arsch, hast mich gesehen. Was fällt dir ein? Ich habe nur noch acht Schuss. Ey, warum stirbt der denn nicht? Oh Mann. Oh, 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 oh. Ich habe vergessen, meinen Timer zu stellen. Oh, 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 oh. Geht sofort weiter. Äh, ups. Äh, sofort. So. Es geht weit. Ahem. Ist auch interessant, ne? Der war da noch nie drin. Oh, 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 oh. Ach, Mann, ey. Lecko mio. Na, 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 na. Jetzt hat der mich hier schon fast bekommen. Der hätte hier noch gar nichts gemerkt. Finde ich okay. Weil der jetzt tot ist. Versucht den weißen jetzt nochmal zu erwischen und den jetzt. Okay, das war's. Das Maschine wäre schon ziemlich cool, aber ich brauche unbedingt mehr Munition. Ich wechsle auch gleich die Waffen. Ach, Mann, ey. Geh dich doch erschießen. Ey, das kann nicht wahr sein. Hier, ey, ohne Stormow wird's echt nichts. Aber ich versuch's immer weiter. Ich versuch's weiter. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich will's schaffen. Ach, sag mal. Mensch, komm schon. Komm schon. Ich schaff's. Okay, vielleicht sollte ich doch ein anderes Level mit Slow-Mo nehmen. Vielleicht sollte ich das ja immer noch. Na. Der trifft ja nicht, ey. Ich nehm' jetzt alles, was ich hier in die Finger bekomme und dann töt' ich euch. Na, 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 mein Freund. So aber nicht. Ich spiel' jetzt mit Slow-Mo. Scheiß drauf. Ich muss das jetzt hier irgendwie mal beenden. Dieses Level. Oh, ich hab' gar keine Munition mehr. Ich versuch's mit Slow-Mo, ey. Das heißt noch nicht, dass ich das auch schaffen werde mit Slow-Mo. Shit, ich wusste's. Ich krieg's noch nicht mal mehr. Mann, ey. Ich rass's noch aus, ey. Ich rass's noch aus. Alter, das ist echt übel, ey. Das ist echt übel. Das ist echt übel. Ich hab' keine Munition mehr. Das war's. Ne Uzi. Nehm' ich gerne. Ey, sag' mal. Oh, Mann. Das ist urschwer, das Spiel. Dass ich noch nicht ausgerastet bin und gesagt habe, okay, scheiß auf das Spiel. Das ist echt noch ein Wunder. Boah, das ist echt schon echt Hardcore, find' ich. Ist der weiße da? Ey, das kann nicht wahr sein. Boah, da pisst mich das an jetzt langsam hier. Alter. Ich bin auch ein bisschen lebensmüde, aber ich scheiß auf. Ich hab' keine Munition mehr. Ich hab' keine Munition mehr. Oh. Ah, das war klar. Ich hab' keine Munition mehr. Mann, ey. Alter. Hardcore-Bytes. Fünf Schuss noch. Hier geht's eigentlich immer, ne? Also, bis hierhin schaff' ich's meistens. Aber dann ist auch wieder Ende im Gelände. Also, immer die. Das funktioniert ja mal alles so schön und dann... Vielleicht geh' ich mir einfach mal hier lang. Okay, den kann ich gar nicht so treffen. Jetzt vielleicht? Ah, den hab' ich schon mal. Keine Munition mehr. Slow-Mo. Scheiß drauf. Ich will das... Ich will das Scheiß-Level jetzt endlich hinter mich bringen. Es wird echt Zeit, weil wir verbringen hier viel zu viele Minuten in diesem Scheiß-Level. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ey, das gibt's doch nicht, man. Fick die Ziege, Alter. Verfluchte Pisse, ey. Oh, Mann. Boah, der kotzt mich das langsam an, ey. Ohne Scheiß. Spiel hat ja echt Potenzial, so ein bisschen. Ach, geh dich. Leck mich doch am Arsch, ey. Oh, Mann. So eine Dreckspisse, ich sag' gar nichts mehr. Echt. Kannst dich nur aufregen, echt. Alter, im Himmel, ey. Ich schaff's, ich schaff's nicht. Ich wollte das unbedingt ohne Slow-Mo schaffen. Ich schaff's nicht mal mit Slow-Mo. Da hab ich keine Munition mehr. Gibt's doch nicht, Alter. Ohne Scheiß, Alter, ey. Boah, ey, das macht mich aggressiv, Alter, ey. Ohne Scheiß. Ich versuche jetzt noch das Level durchzuspielen und das war's, ey. Ohne Witz, ey. Da brichst du ja ab. Da brichst du ja echt ab. Alter. Boah, ey, da brauchst du dann Nerven für, ey. Boah, ja, keine Munition mehr. Okay, komm doch her, du Arsch. Ficker, Alter. Oho, keine Munition mehr. Okay, ich muss... Ich geh weg, ich geh weg. Ey, das gibt's nicht, Mann. Ey, das gibt's doch nicht. Boah, ich mag schon gar nichts mehr sagen. Ohne Scheiß. Ich mag gar nichts mehr sagen, weil ich echt am Abdrehen bin, Alter, mit den blöden Pennern hier, ey. Boah, Alter. Ohne Witz, ich schaff das noch. Irgendwann... Ich werd's... Ich werd's irgendwie schaffen, dieses Level durchzuspielen. Ey, das ist aber so extrem schwer. Ich werd's noch irgendwie schaffen, aber das war's dann. Echt, das war's, weil das machen meine Nerven. Ich bin schon zu alt für den Scheiß. Ich bin einfach zu... Oh! Mann! Goddammit, Alter, echt. Verfickte Pisse, Alter. Schön Slow-Mo. Immer schön Slow-Mo. und das war's, Alter, echt. Keine Munition mehr, ey. Scheiß Schrottgewehr. Ja, ich kann hier nur noch eine Stunde enthandeln. Echt? Oh. Ich bin der Terminator. Mein... Alter. Alter. Ein toter Terminator. Alter, im Himmel. Echt. Ist das scheiße, ey. Boah. Alter. Ja, brauchst du echt Nerven für. So, jetzt Slow-Mo. Der ist schon tot. Na, egal. Mal komm her. Ey, das gibt's doch nicht, Alter. Ey, das gibt's doch nicht. Verfickte Pisse, du Arschgesicht. Scheiß Pizze. Pizze, Alter. Komm her, jeder, ey. Richtige Arschgeburt, Alter. Richtige... Arschgeburt. Richtige Arschgeburt. Wo ne neue Waffe her, damit. Scheiß ohne Slow-Mo geht hier gar nix, Alter. Yes, Alter. Yes. Verfluchte Scheiße, Alter. Oh, ist das geil, Alter. Halleluja, Alter. Alter. Oh. Oh. Oh, Gott im Himmel, Alter. Oh. Ey, da kriegst du die Kotze, kriegst du, wenn du so ne Scheiße da spielen musst. Echt. Ja, vier Tage zuvor. Ich will's gar nicht mehr... Ich will's nicht mehr wissen, Herr. Yeah. Zack, 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 bla, 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 blups. Bla, bla, blups, bla, blups, bla, blups, bla, blups, bla, blups. Schluss, Schluss, Schluss. Man, ja, ja. Red Dragons hier. Red Dragons. Ich muss die Red Dragons ausschalten. Los, jetzt mach hin. Ich will nur einen Returnernmann spielen. So, komm. Komm. Weil ich ja echt ein geduldiger Mensch bin, ne? Und ich bin ja echt ein geduldiger Mensch. Ich will einen Returnernmann spielen. Was haben wir denn jetzt? Die Uzi-Schrotgewehr? Ja, ganz toll. Nehmen wir halt die mal wieder. Und dann killen wir den einmal. Dann killen wir den. Versuche ich. Versuche. Das war zu viel an Returnament. Da geht's lang. Da oben geht's lang. Da oben ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Ich hab ihn nicht einmal getroffen. Das wäre so geil, wenn... Wo kommt er denn her? Hallo, 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 mein Freund. So, krieg ich jetzt beide auch zusammen? Das wäre geil. Alter, es geht schon wieder los. Und es geht schon wieder los. Na? Ich warte jetzt. Ich camper einfach mal, wie schön. Me-Lade. Lade. Oh, das sind oh viele hier, ey. Das sind richtig viele. Oh, da ist noch einer. Alter, wie viele sind denn hier? Schön auf dem Klo. Boah, gleich zwei. Nice. Na, komm her, ja. Entweder hat man echt so einen kleinen Marsch, ne? Man geht's einfach echt durch und knallt jedes Schwein hier über den Haufen. Oder du hast einfach nur extrem viel Pech in diesem Spiel und triffst einfach mal gar nichts. Der hat mich gesehen. Ich hab keine Munition mehr. Ich hab noch gar nicht auf Slow-Mo gemacht, ne? Ich glaube nicht. Da sind zwei. Okay, die sind so quasi auf der Pursch jetzt. Ah, der hat ein bisschen mehr Munition, ne? Das Maschinengewehr. Schon 22 hier. Ach ja, ich liebe dieses Schmär. Ich liebe es total. Das ging eigentlich, ne? Ich hatte gerade so einen leichten Lauf. Ja, hm. Der leichte Lauf ist auch wieder vorbei. Krieg ich den? Oh. Oh. Na, mein Freund? Hast du Angst? Du brauchst keine Angst haben. Ich bin's nur. Ich bin's nur, Casper. Wo ist er denn? Alter! Geh dich, geh dich erkacken. Ich will an keine Munition mehr. Haha. Okay, danke. Töte mich. Töte mich. So, mein Freund. Komm her, hier. Komm her. Uuh. Was? Warum springt der so scheiße? Jetzt ist er tot. Was haben wir denn hier? Schrottgewehr will ich nicht. Okay, da ist es hin. Schrottgewehr. Maschinengewehr ist schon besser. Okay, ganz, ganz ruhig bleiben hier. Fuck. Ey, dann kommt der einfach so. Kommt ganz so. Ja, der wusste ganz genau, wo ich bin. Genau, mein Freund. Genau so muss das sein. Genau so und nicht anders. Okay, Leute, ich habe keinen Nerv mehr, ganz ehrlich. Boah, ich bin zu alt für den Scheiß. Ohne Witz, ey. Ich raste noch gleich aus. Nimm diese Tastatur und die Maus und schmeiß dich aus dem Fenster. Natürlich nicht. Aber ja, trotzdem danke fürs Zuschauen. Das ist, das ist mir zu blöd. Komm, einmal noch. Einmal. Ein. Einmal noch. Mit Slow-Mo. Einmal noch mit Slow-Mo und das war's. Weil das ist mir, das ist, das ist, das ist, das ist schon, das ist, das. Da kriegst du ja, da kriegst du ja Herpes, Alter. Auf den Augen, Alter. Da kriegst du ja Herpes auf den Augen. Ohne Scheiß. Kommt da gleich zwei durch die Tür. Oh shit, ich habe keine Munition mehr. Nein, ich laufe genau rein. Ich laufe genau rein. Ich habe sie gesehen, die Kugel jetzt. Und tschüss. Dankeschön. Und ciao. Boah, nee. Nein. Ciao. Macht's gut. Und ja, bis dann.